Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Game of Thrones Episode 5 und es geht sofort weiter. Mal schauen was uns jetzt erwartet. In Episode 4 hat uns ja auch noch Ramsey Scheißbild grüßt, also von daher, hmm, könnte unter Umständen wieder mal in den Kopf rollen. Wäre mal was Neues, ne? Hüstel. Die Püstel. Ja, macht's nur spannend, du in Zahnrädern. Oh oh, was bisher geschah. Eher und Beide die in den Meren. Ich kann nicht, Asha. Dies könnte unser nur chance sind. Geh sie in die Stadt, hilf sie liberieren Meren, und ich weiß, dass du dir gewaltig ist. Du denkst du deinem Grund mit einem Wartling? Wie ist das mit dem Wartling? Oh, ich bin ein Freund! Das ist meine Freundin. Ich muss da sein, Sera. Lord Whitehill ist etwas zu tun. Er ist gegen meine Familie conspiring. Und jemand in da ist erlaubt ihm. Andros ist aufzuhören Sellswords. Hunderten von ihnen. Was? Er ist ein Armee für Lord Whitehill, groß genug, um gegen Ironwrath zu marchen. Und dann hat man ganz viel Spaß. Sag ich doch. Ah, ich hoffe du hast dich gewaschen. Du stinkst nämlich immer so eklig. Oh nein, es geht gleich weiter. Ih! Nein, du warst nicht meine Schwester. Ich glaube nicht. Oder vielleicht deine Mutter. Die flowerplatte ist immer noch eine flower. Sie stirbt mehr schnell. Wir könnten eine Familie sein, Lord Forrester. Du möchtest das? Du möchtest? Deine Mutter braucht etwas Verwärts. Sie scheint die Zeit zu behalten. Sie wird niemals mit einer. Es ist eine sehr lange Zeit. Aber lasst uns unser glücklicher Tag auf die Seite für einen Moment. Geh mit mir. Oh, ich will nicht. Oh. Du brauchst nicht deine Schwester. Nicht, wo wir gehen. Ich gehe nicht ohne meine Schwester. Ich bin Angst, dass du bist. Hier. Ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen. Ich gebe dir. Du bist noch nichts. Ich gebe dir. Das ist der Grund, nicht die Kinder. Ich sage sie kommt. Ich glaube kein dopoiger zu sein, mit meinen Männern. Ich will Ramsey umdocken. Kann ich ihm nicht einfach seinen Pi-Panisch schneiden? Gut, eigentlich will ich es nicht machen, weil es wäre echt widerlich, aber kann ich ihn nicht irgendwie schlagen? Wie ist dein Vater, Lord Bolton? Besser als dein. Polite, wie du fragst. Ich liebte zu spielen in den Wald, wenn ich dein Kind war. Still do? So viele Plätze zu schlagen. Ich habe sehr gut gefunden, zu finden Menschen. Roderick? Es ist alles gut, Talia. Das erinnert mich. Wo ist Griff? Ich erwarte ihn von ihm auf meinem Aufmerksamkeit. Ah, muss ich gar nicht. Es ist ein bisschen zufrieden, zu haben, zu zeigen mich in. Und hier habe ich so sehr hohe Hoffnungen für Ludson. Griff war's injured. Der Maester ist nach ihm. Du bist ein lieber Liar als little Ethan. Ich gebe dir das. Aber ich weiß bereits was du getan hast. Danke. Ich hoffe, dass alles anders sein könnte mit dir sein. Ich hoffe, dass wir uns beherrscht. Ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar. Ich habe versucht, dass du eine Begelebt hast. Ich habe eine Begelebt hast. Aber du gehst nach meinem Begelebt hast. Und du hast in die Glenmores. Und du hast in die Glenmores. Und du hast in die Glenmores. Ich habe nicht sicher, wie er das funktioniert hat. Die Glenmores haben ihre Begelebt. Der zieht ihr gerade die Haare ab richtig. Ich hoffe, du frisst irgendwann Gift und stirbst. Immer kriege ich dritte, Autsch. Ja, das kannst du, wenn jemand am Boden liegt, den Treten, du kleiner Wichs. Du bist so ein sadisten Wichser. Ich trete dir in deinen Nüsse, du kleiner. Psycho. Und ich kann nicht mehr kämpfen, verflutet. Ich bringe ihn trotzdem um, richtig. Warum schlägt der immer jemanden, der sie nicht verteidigen kann, dieser kleine feige Pisser? Ja. Ich kann da echt... Oh doch, will ich. Kann ich? Das ist eine Falle. Ja, das war aber wieder eine Falle. Jetzt bringt er ihn um, oder? Er tötet ihn so ein bisschen. Natürlich tut er den. Ich hätte ihm in die Eier stechen sollen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, das war... Okay, das war... Äh... Anders als erwartet. Ich dachte, er schneidet ihm die Kehle durch. Was auch nicht besser gewesen wäre. Aber das war jetzt gerade wieder typisch Ramsay. Ich will diesem kleinen Scheißpenner sowas von wohin? Das Problem ist, hätte ich ihn jetzt angegriffen. Er hat seine ganzen Pisssoldaten da. Keine Chance. Was wirst du machen? Ah! Pfuh! Ich hasse das. Das ist so ein Psycho. Ich hoffe, dass ihm in der Serie irgendjemand sowas von dermaßen Gift gibt, dass er sowas von jämmerlich verreckt seinen eigenen Eingeweiden erstickt oder irgend sowas. Das wäre echt gerechtfertigt. Hm. Ach, wenn's nicht nett wär. Aber das wär... Ja, doch so... Chop-free mäßig. Ah, Episode 5. A Nest of Wipers. Yippie, aye, aye. Ja, dass er tot ist, das... Ich gehe raus. Das ist so unnötig. So unnötig. So unnötig. Um was zu zeigen, dass er eine kleine... Boah, dieser... Der hat so kleine Nüsse, dieser kleine Wichser. Das ist so unglaublich. Wie man nur so ein kleiner, 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 kleiner Pisser sein kann. Ja, bloß wie? Du kannst ja nicht mehr richtig stehen, du... Affe. Und ich hab keine Ahnung, was ich machen soll. Dann... Oh, mein Vater. Dass wir Ramsey ganz schnell wohin treten müssen. Wir werden garantiert nicht Talia zu dem verheiraten, zu diesem kleinen Drecksack. Lieber sterb ich. Lieber spring ich freiwillig von irgendwo runter, ohne Witz. Oder ich ersteche ihn in der Hochzeitschaft. Das geht aber auch nicht, weil der ja ein Psycho ist, wie wir alle wissen. Arthur. Oh mein Gott. Oh, I'm so sorry. I keep asking myself what we've done to deserve such hate. Did we bring it on ourselves? Or is this house just cursed? Ramsey's snow is a bloody savage. He shames the entire north. Yet we're bound by law to obey him. Son of God, I miss this dark. Entschuldige mal bitte. Bau bei law. Ich dreh dir gleich deine... Bau bei law. Arschloch. So much for having allies. Ramsey says he's not taking sides anymore. He means to let the strongest house survive. I intend that to be us, Duncan. But can we even fight them? We don't have the numbers. We don't yet have Ryan back. And if there is right about an army from the south. Lord makes a show of being strong. But he's no better off than us. Not of the boat and refuse. Where is my brother? 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 No. Oh no. No, Arthur, no. No, Arthur, no. No, Arthur. No, Arthur. It's my fault. I brought him into this. I asked him to help. He did this for me. You can't blame yourself, Elena. He was a grown man. He made his own choices. Aber er hat mich vertragetet. Er hat immer noch. Ich war da der Tag er gelernt, dass er eine Böre hat. Er war so nervös, dass der Vater ihn called. Und jetzt, um zu sterben, wie so, jetzt bin ich wieder schuld, war ja klar. Natürlich, hier, erst große Fresse und dann einen Schwanz entziehen. Wie so eine Dicke. Ja, wenn du jetzt aufgibst, was er tut? Ja, aus dem Beginn. Ich sollte versuchen, ein bisschen zu schlafen. Ich bin nicht sicher, dass ich es kann. Aber ich weiß nicht, was anderes zu tun. Du bist nicht alleine, Elena. Ich bin für dich, was du brauchst. Danke, Roderick. Sit down, our deeds. Er ist ungeschafft. Mirra Forrester, King's Landing. Ah, da bist du. Ich habe dich nicht gesehen, seit dem Koronation Feast. Wie viele Schäfte dauert es, um einen Armee zu gehen? Schäfte? Warum in der Welt würdest du... Nevermind. Mirra. Du möchtest einen Stich anlügen. Ich bin ehrlich. Ich hatte einen enormen Risiko, um Marjorie zu verletzten, um dich zu diesem Feast zu bringen. Und du dankst mich, um ein Szene mit Herrn Andros zu machen. Ich habe dir gedacht, mit dem ich Herrn Heini angelogen habe. Marjorie sah das natürlich. Und sie wusste genau, wie du da kamst. Herr Andros ist eine Gefahr zu meiner Familie. Er schlägt sie gegen sie, sogar als wir sprechen. Ich glaube dir, aber du hast dich auf dich gebeten, Mirra. Und du hast Marjorie gebeten. Marjorie kann mich mal. Ach so! Sagt, die lügt darin, die eigentlich eine Flaue ist, anstatt einen Familiennamen hat, ne? Ich muss nämlich jemanden heiraten, damit ich ihn dann wirklich einen Namen habe, damit ich fünf Kinder gegen kann. Ja, nur leider hat das einen Scheiß gebracht bis jetzt. Kann ich den Gnoma aus dem Gefängnis befreien? Oh. Die Froschfress. Oh nein. Was denn? Wollt ihr nicht mit mir? Kann ich dir helfen? Du musst mit mir kommen. Oh nein. Jetzt. Warum würde ich? Nicht, das ist schwierig. Fuck. Habe ich ein Messer? Gut, was finde ich damit? Hm? Wenn ich ein Messer hätte, könnte ich mich nicht verteilen? Oh nein. Ich bin wieder bei Daenerys. Besska, ja. Besska, ja. Besska, ja. Besska, ja. Ja, ja. Du hast doch angefangen. Ja, und jetzt kriegen wir wahrscheinlich drückend die Eier. Halt doch du einfach die Klappe. Aber jetzt würdest du sagen, du kannst keine Leute hergeben, weil bla 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 bla. Die Begräste sind aus der Begräste. Vielleicht kannst du sie wegschrauben. Vielleicht kannst du sie wegschrauben. Na, meine Zeit ist kurz. Nein, Begräste ist ohne Probleme, Herr Grace. Aber wir haben Ihre Angelegenheiten. Und für das, ich bin dankbar. Mit der Lektiv. Wie sieht die Hände aus? Wie sieht die Hände aus? Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Was? The next? The next? Ich hätte aber lieber Kämpfer. Aber wenn ich jetzt sage, was zu Daenerys ist, das ist voll für ein Arsch, ich will dein scheiß Gold nicht. Mie, 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 dann sagt sie was, was dann glückst du gar nix. Kapusch. Und bringt mich mit dem Drachen nieder. Dracarys, sag ich nur. Okay, vielen Dank fürs Zusehen und was uns noch so erwartet und auf wieder jemand aufgeschlitzt wird, sehen wir vielleicht schon im nächsten Part. Bis dahin, ciao, ciao. Ciao.